Kapitel 3 Fluchtlicht Oberfläche es geht hier hoch und hier oben sind wir da denn es ist auch schon wieder dabei ja hast du es wieder geschafft so alles noch nicht freigeschalten mensch habe ich heute einleitende worte darauf das gibt es gar nicht ja es ist die letzte eine letzte aufnahme ist immerhin auch schon wieder über eine woche her über eine woche acht die zeit vergeht mensch also ja so ist mir schon im ladebildschirm das laufband habe ich vermisst ja jetzt muss ich mich erst mal wieder gewöhnen die moderation nach über einer woche durch sechs läuft bei mir nicht und irgendwie ist das ja es leckt mein pc gerade irgendeinen schönen virus drauf von den menschen erschaffen und dann aufgegeben wie so oft schaffen sie etwas wundervolles und lassen es dann fallen wisst ihr warum sie diese strecke aufgaben so tödlich da ist doch ordentlicher grund ja du warst noch nicht fertig naja vielleicht habe ich mal wieder irgend schicken virus auf dem pc oder so aber naja möchte mal schauen wie ich den beseitige dass wir wieder also normal spielen geht auch mit frets wird sie bis zu stellt sich jetzt um die mich wir müssen jetzt fallen er und es ist ein okay wo ganz knapp war das ganze Prozent Prozent das wäre gar nicht nötig gewesen guck mal hier ist um hier jetzt ist frage bis weiter geht das ist eine gute Frage ich glaube du könntest hier ein zünder zu tun ach so ich kann ja auch portal besitzen stimmt jetzt nicht schon war das es bringt ja nicht viel ist so doch jetzt kommen wir einfach sagt und dann sind wir schon vorne aber das ist ja da oben dann möchte ich ja noch mal sagen du hast ein neues alter erreicht am heutigen Tage und um noch mal herzlichen Glückwunsch und dort bin ich gut dort aber Prozent wenn das wenn ihr das hier sieht das ist das bestimmt schon lange vor Ort schon lange vor Ort war ja wir produzieren im voraus wird ein Mauer und da ist so der eine muss auf alle Fälle im Portal schießen das geht ja gar nicht oben ist er einer ja ein bedienbarer schalter da mussten bis morgen so und wo es jetzt sein das war auch schon das war dort wo man sich hinsetzt aber ne wo wollen wir mal so hier hier musst du also spring mal raus so ja ah das ist gut so und jetzt kannst du dich dorthin leiten so jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit einen Portal zu setzen und dann ja wie geht's jetzt ah wir müssen jetzt wahrscheinlich so eine Art Treppe bauen um und Prozent was mir mal das ich sehe Prozent man welche Formen nicht als das so gelangt ist mehr dass das 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 Liga Prozent ob du das weiß nicht zwei ach so er hat was das okay noch mal Prozent war da war es ist nicht so so ist immer hoch und so und nicht hin du musst es unter mich platziert aufgrund der Abwehr Prozent so nach dem Kopf wofür braucht man den schon das war ein Mio so jetzt aber bitte das Richtige oder die Wartemann als Sorgen stimmt also müsste ich ja irgendwie du bist es also und hier ist nämlich mein Geld er hat die schlechte Hinten an die es gibt nicht dort hinten kann ich nicht ansetzen und das mache ich jetzt hier mal am besten Prozent es ist die Springer ja okay ach du musst du abgeben da hat toll jetzt kann ich aber nicht mehr derjenige bin ich das so ich nehme das was sie machen könnte wäre aber das ist ja auch nicht wirklich effektiv sind wir bei dir hoch wie bist du hier hochgekommen weiß ich nicht irgendwie mal hochgesprungen dann war ich schon hier jetzt springen wir hoch so wir kommen zumindest höher aber ach so du könntest ja eigentlich ein Portal irgendwo hier hinsetzen und dann dort hin ne geht ja auch nicht so n das ist doof ne das ganz das ist immer wieder verzwickt hier ach na es geht nicht mehr es geht nicht auch wenn das so schön einfach sein könnte so auch wenn nicht so schön dux das funktioniert alles nicht klar aber wir könnten jetzt einfach und oder so einfach könnte es natürlich auch wieder gehen oder geht es nicht okay du nimmst es den Schalter ne ich bin immer noch zu hoch ein bisschen ne du nimmst den Schalter und ich mache das weg im Fallen musst du den Schalter dann betätigen ach so ja machst du es mh okay warte 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 ist halt verwirrend eigentlich ist es nicht schwer aber die Möglichkeiten die man hat die sind halt nicht realistisch jetzt tut daher ist es schwer aber das darauf zu kommen wir denken Porte mäßig ich hab draufgedrückt ja ich hab draufgedrückt auch für mich dort zu b so was können wir sie mit dem schicken Ball machen aus so ach du hast schon dort hin muss er dorthin das bedeutet noch mal dass jemand besetzt reichnet ihr so doch Prozent jetzt hätte ich den Ball mitnehmen müssen ja gar nicht so kann ich dir ne unten ist keine Portalfläche ne bei dir dann nicht dann muss ich nur mal runter so du musst jetzt mal oder ich muss jetzt mal wenn ich hoch springe muss ich oben an Portal anrammeln und unten wieder direkt drauf kommen das heißt du musst ziemlich schnell reagieren damit ich den Ball nicht verliere wenn ich oben durch die Absperrung fliege ja was soll ich machen du machst jetzt mal so so ne ne ja und den roten setz jetzt mal ganz weit oben da wo mein lila noch ist ok dort kann ich dran wenn ich runter fliege dann besetzt den wir unten an den roten an etwa an Prozent okay warum brauchst du deine Portale nicht ne aber ich darf wenn ich jetzt hoch fliegen nachher du musst ja den Ball natürlich ich bin okay so ganz losgehen sehr gut so jetzt ist es nicht weil noch hier ein und dann jetzt dort muss noch mehr herkommen ich glaube das Worte noch mal und er wurde erzeugt so wurde noch mal nicht jetzt dachte ich ich gebe euch einen tipp es ist die eine Sache die ihr nicht könnt die eine Sache die wir nicht können ja was könnte das sein was können wir nicht also eigentlich können wir doch alles oder also wir sind doch so wir können nicht ähm was ja wieso nehme ich jetzt den Ball ich dachte das ist ein schlechter Scherz von Seiten Glatters ja aber dabei warst du da ja ja ich hab so meine Eigenarten ja du meinst du kannst statt äh deinen Ball kannst du den Ball den du mitgenommen hast dort reinstecken oder wie ja ja da sahen wir ein bisschen schlanker aus ja ach so ja das ist immer wieder schön hier ähm na jetzt kommt wieder der Ladebit schon den müssen wir jetzt mit irgendeinem dummen Moderation überbrücken jetzt könnten wir wieder ein wenig Freude bereiten doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht das und immerhin mehr rein ja es sind wir 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 das ist dann habe ich auch beim bearbeiten der ersten Aufnahme gemerkt Prozent kommt immer ins Gehege sie ist ganz schön plötzlich ja ja oder wir ne ne das stimmt das Recht wie absolut wie denn äh ja jetzt ist gute Frage jetzt könnte man irgendwie zum Ziel kommen das wäre schon mal nicht schlecht so ähm ja ok 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 ich analysiere und stelle dabei fest dass ich keine Ahnung habe das bringt uns jetzt nicht weiter aber ich habe mindestens 10 Sekunden Euro wertvollen Zeit verplempert jetzt ist vielleicht schon 20 und du stirbst ich wollte mal schauen ob ich da das war natürlich meine eigentliche Strategie ist nur auf mein Tod aus und wie soll ich jetzt hier hochkommen irgendwie kommst du nicht ne warum ein bisschen tiefer der Rotes ne unter dir ich wollte hier ein bisschen Weg ersparen aber ja war nett so ist es ja barrierefrei oder so nennt man das doch glaube ich ich kann mich hier und kannst du hier was setzen ich weiß es nicht schau mal einmal weg die Koch mit mir ich will er dich ja was bringt das wenn wir dort was hinsetzen wir müssen ja irgendwie dort rüber gelangen ja du kannst du dann dort also kriegst du da was hin ähm wohnen müssen kriegen schon aber ok gut dann wenn das jetzt so schnell er hat dann 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 kommt dann kommt dann wir jetzt portal sozusagen nützen Worte 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 setzt einstern so sind wir schon mal ein bisschen cooler ne das war weiter aber auch weiter so ist was das die gleiche Suche nochmal dort ja einmal sagt und immer zack wieder zurück so und jetzt ruht hier hin setzen sehr gut man hat ja auch schon abwechslungsreiches Lötungsprinzip ne so so ne was so ja stimmt ich dachte jetzt müssen wir uns erstmal hochhaschen aber Portale sind ja auch noch wo das die Kamera ja sehr gut gemacht ihr habt nur zwei mal in diesem Test versagt nicht dass das wichtig wäre nö also Glückwunsch zur Bewältigung der Aufgabe ok danke jo wir hätten auch keinen Glückwunsch um Geburtstag gewünscht ja das ist eine Hexe wirklich das ist richtige elektronische Hexe hier das musst du doch wissen ja jetzt kommt wieder der Ladebildschirm jetzt müssen wir irgendwas reden irgendwas schönes reden ja das ist immer so schwierig ja hier diese Ladebildschirm also das zeigt dann bei dir gerade an ja die spielen gerade irgendwie Winke Winke Schinkschangschung ich drehe mich hier mal im Kreis und ähm ja und ach wir sind schon da einer meiner besten Tests und die lassen hier Pflanzen wachsen unfassbar man kann Pflanzen nicht testen wir haben es versucht sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht unwissenschaftlich das ist daran wissenschaftler Prozent das ist möglicherweise Prozent ein Prozent keine Ahnung okay ich würde intelligent wirken aber das ist wie die sich das machen du hast es auch noch geschafft hätte ich jetzt nicht gedacht war gar nicht meine Absicht Prozent danke es ist es sehr freundlich für deine nächsten Liebe die hier lässt ein wundervolle Dinge so wo können wir jetzt hier um und das war jetzt einfach mal mein Niedernisportal Euro und dann können wir gleich loslegen ach die Bauer dem Ball war man den Ball 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 habe ich in den Ball erwähnt wo Männer ja aber das ist ja nicht gekommen kommt schmeiß dich rein ich gebe so der Ball könnte er direkt die Künste die Künste aufwachen oder sich den Aufwand kann man den hier aufwachen ich hoffe doch wo ein bisschen nicht die Bumpe fallen versuchst und so muss einfach mal m ich sehe ich sehe okay alles zu schlafen er hat es aber ist ja hier kann es gibt es und die Nation ist auch nicht Prozent meine Stärke aber ich bemühe mich für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen schreiben sie uns einfach eine E-Mail an Versagen okay komm gut du kannst muss man mich mal gucken ist die Webseite zwischen wirklich Versagen.com du machst du Schleichwerbung ja jetzt mach endlich bitte was soll ich jetzt machen was soll drücken 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 Gott beschalter oderộde Knopf drücken gut da habe ich Dross jetzt musste das gleiche wie vor gerade eben machen so uh das ist mir schon aus was mit ist mir drüber einmal Bursen zurück ausgefahren dieachten zu erankommen ist so Gibt mir mal das Ding und schießt mal ein Portal Okay, dann nimmst du Wie denn? Mit D Mit D Ich drück doch, ey Du lässt das nicht los So, jetzt hab ich's Okay, und jetzt muss ich erstmal den hier machen Ja, das ist nicht, das ist gut Danach, äh, ja musst du einschießen Gib mir So, jetzt Hab ich Nee, jetzt hab ich nie wieder genommen, warte Nimm doch mal Da steckt in dir drin Das sieht bei dir auch genauso doof aus Wirklich? Jo So, was machen wir jetzt? Jo, ich nehme einfach mal den Weg Ja, Ladies first Gut, ja, da muss Wir sind eine freundliche Letztplay-Truppe Hoffe ich doch Das müssen wir doch besser wissen als alle anderen Naja Gut, man kann ja nicht den Außeneindruck beurteilen Es gibt immer dieses Selbstbildnis Fremdbild, mein Selbstbild, das hast du schon Bis Jahr Besser als mein Fremdbild, nein Ich hoffe, das ist nicht so, das ist so, wir, wir Labern ist hier und Schuhen Ehm Wir sind gerade ein bisschen die Freizeit, ja, wir haben Ich habe gehört, wenn wir im Kreis, das macht auch Spaß So, wo müssen wir hin, dort müssen wir hin, in diese Bitte und das bedeutet, ganz einfach mal, wir nehmen Ohne So, wo wir Da ist, das war nicht D So, so ein bisschen versorgt und dafür geht es in der Vorsicht, ja, das ist, das ist gut, das Problem Bei The Teamwork ist gut, ist einfach so eine Einwohnheitort und einmal ist most immer port dort und zehn Jahre und einen dort stehen jetzt der Eindruck mehr als so ich denke schon wurde mal richtig ja aber ich bin jetzt ja ja ich fühle mich jetzt klar und geschafft auch nicht mit Freunden das können also was falsch gesetzt bei mir geht das ist das so ich bin ein bisschen breiter unterprallig ja ich habe auch noch ein bisschen bisschen weiter aber wenn man ein bisschen weiter rechts der Mann links die bei mir es muss man ein bisschen alle stellen so um es zu vergeben wenn ich kann die auch das ist wie schon ein bisschen wie getan nur noch nicht weniger Menschen werden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Testfordern für einen Test zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung ja so wir gehen weiter na gut wieso wie war nochmal mein Fremdbild tja weiß ich nicht nächsten Liebe also ich hätte schon jetzt gern so ein Leckerliga ab ne so als Belohnung wie so ein Hund ja muss man so muss man so Pfötchen geben ich hätte ja noch in einem ich disappointed aber ich know ich die sind es was ist ich Vielen Dank.